Herzlich willkommen zu einer weiteren astrologischen Analyse und diesmal schauen wir uns die Randale der Halloween-Nacht, die in Linz stattgefunden hat, aber auch in anderen österreichischen Städten, einmal aus der astrologischen Perspektive an. Wenn du meine Videos und den Kanal verfolgst, dann weißt du, es ist eine sehr bewegte Zeit, wo immer wieder Gefühle aufbrechen können, wo es immer wieder zu Eskalationen, zu Unfällen kommen kann. Also passen diese Randale eigentlich in die Zeitqualität sehr, sehr gut. Was mich heute interessiert bei diesem Video ist, können wir astrologisch feststellen, dass es zu so Randalen kommt, beziehungsweise was ist denn die Motivation dieser Randalierer? Das interessiert mich eigentlich am meisten. Vielleicht, wenn du es nicht gehört hast, also es war in Linz, waren es circa 200 Jugendliche, die sich, wie gesagt, die Böller geworfen haben und so gegen 21 Uhr wurde dann die Polizei alarmiert und die musste dann Verstärkung holen und circa laut Polizeiangaben ab halb eins in der Früh am ersten war dann die Situation unter Kontrolle. Das heißt, es war schon eine gewisse Anballung. Es wurden 130 Identitäten festgestellt, es wurden einige Leute festgenommen. Also es war schon eine angespannte Situation. Und ich möchte mir heute einfach einmal anschauen, wie schaut denn so etwas astrologisch aus? Und zuerst einmal, wenn wir da reinschauen, ist es spannend. Wir sehen, ich habe jetzt mal so in etwa den Zeitpunkt genommen, wo der Notruf bei der Polizei eingegangen ist. Das Ganze wurde ja durch ein TikTok-Video ausgelöst und da habe ich aber nicht feststellen können, wann wurde das gepostet ganz genau. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal den Zeitpunkt, wo der Notruf bei der Polizei eingegangen ist, habe ich hergenommen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Vielleicht fällt dir gleich einmal auf, dass wir hier einen Krebs-Aszendenten haben. Und jetzt fragst du dich womöglich, naja, Krebs ist doch eigentlich die Fürsorge. Ist doch etwas Weiches, hat doch viel mit dem Gefühl zu tun. Der Mond ist ja Prinzip des Krebses. Und wie passt denn das bitte mit Fürsorge zusammen? Wie kann denn so eine Randale bitte da zusammenpassen? Und da wird es jetzt spannend und faszinierend. Denn wenn du dir anschaust, wo denn der Mond steht, also das flexible Prinzip des Krebses, dann siehst du, dass das im siebten Haus steht. Und im siebten Haus ist das natürlich Begegnung. Also es begegnet Mond. Und was bedeutet das? Es begegnet nicht nur Mond, sondern es begegnet auch noch der Mond im Wassermann. Und Mond im Wassermann ist eine labile Energie. Der Mond, du kannst es dir am Sternenhimmel anschauen, der wird mal breiter, mal dünner. Und der ändert sich ständig. Wie unsere Gefühle. Der Mond steht für die Emotionen, für die Gefühle. Und dieser Mond steht im Wassermann. Und ein Wassermann-Mond will eigentlich durch das Prinzip Wassermann, dass etwas Neues kommt. Ein neues Gefühl soll entstehen. Etwas Altes, etwas wie es gelaufen ist, darf nicht mehr so sein. Und das ist das, was hier wirklich in die Begegnung reinkommt. Das heißt, wir haben Gefühle. Da sollen sich Gefühle ändern. Es soll etwas neu werden. Und insofern passt es schon ganz gut. Und es wird noch einmal verstärkt. Diese Kombination wird verstärkt durch eine Mondkonjunktion mit dem Pluto im Steinbock. Pluto im Steinbock, du hast es schon gehört, ist ja für mich immer so die Transformation, ich habe es immer Schändung des Rechtssystems genannt. In Zusammenhang mit anderen aktuellen Zeitgeschehnissen. Und in diesem Fall wäre für mich jetzt dieser Pluto-Steinbock, heißt einfach, es transformiert. Also es soll sich auch etwas transformieren in den Gesetzen. Das heißt, das ist der Wunsch. Irgendetwas läuft schief. Irgendetwas, was bestimmt wird von Staatshand, läuft nicht so, wie man es sich vorstellt. Oder etwas, das bestimmt wird, läuft gegen das persönliche Empfinden. Es ist etwas, um es mit Shakespeare zu zitieren, faul im Staate Dänemark. Und diese Energie, diese geballte Energie, Pluto-Mond, Pluto-Steinbock, Mond-Wassermann, kommt zusammen. Das heißt, das Alte, die alten Normen gelten nicht mehr. Die sollen da aufgehoben werden. Das ist das, was dir begegnet. Da ist etwas Neues da. Und ich denke, es wurde auch gesagt in medialen Berichten, so etwas hat es noch nicht gegeben. So eine Zusammenrottung von Jugendlichen in so einem Potenzial, in so einem Eskalationspotenzial, das war noch nicht bekannt. Und insofern ist also dieser Mond, dieses Krebsprinzip auf eine emotionale Unzufriedenheit zurückzuführen. Das ist ja etwas, was jeder von der Zeitqualität her spürt. Das ist ja ganz, ganz nachvollziehbar in diesen Zeiten. Was kommt dazu? Wie drückt sich das noch mehr aus? Schauen wir uns mal die Sonne an. Die Sonne steht in Konjunktion mit Venus und Merkur im Skorpion, im fünften Haus in diesem Horoskop. Das heißt, wir haben eine Skorpionsonne. Wir haben noch einmal die Transformation. Wir haben das mit Kommunikation. Wir haben das mit Venus, mit dem Ausdruck des Inneren noch einmal, mit was ich mich wohlfühle. Wir haben da eine gewisse Strategie auch dahinter über den Merkur. Das heißt, wir haben eine plutonische Energie, die da bewusst wird, die da sichtbar wird. Das ist so diese treibende Kraft. Und da haben wir noch einmal so diese Transformation. Das heißt, stirbe und werde, es soll sich etwas ändern. Wir wollen, dass sich etwas ändert. Heißt eigentlich, so diese Energie oder diese Sonne möchte, dass sich da etwas ändert. Dass das Ganze jetzt glimpflich ausgegangen ist, sieht man natürlich am MC, sieht man am Zeichen Fische, wo auch der Neptun noch draufsteht. Das heißt, das wird relativ friedlich gelöst. Aber wir sehen schon etwas vorher, war da das Witterpotenzial, also da war schon Sprengkraft da. Das war schon eine haarige Sache. Und zusätzlich in diesem Horoskop haben wir ja noch einmal Saturn im Wassermann und wir haben immer noch den Uranus im Stier stehen. Das heißt, Saturn im Wassermann, das ist auch noch einmal deine Vorstellung von Regeln, soll sich wandeln. Das, was du als fixe Idee hast, als fixes Bild hast, ist nicht mehr gültig, soll gewandelt werden. Auch das ist Ausdruck dieser Randale. Und mit Uranus im Stier. Und wir sehen ja das, das ist im Prinzip, der Stier ist eingeschlossen im 11. Haus. 11 ist auch die gleichgesinnte Gruppe. Das ist eine Gruppe aus dem Volk, die sagt, es gehört mit Uranus wieder ein Wandel rein. Und du siehst also, da ist eine irrsinnige Sprengkraft in diesem Horoskop. Auch wenn es jetzt auf den ersten Blick mit Krebs und Fisch gar nicht so wild ausschaut. Aber du siehst, da ist Druck dahinter, da ist ein Potenzial dahinter. Und das ist eigentlich so Potenzial unserer Zeit. Da sieht man auf einmal, okay, da kann etwas hochkommen, da kann sich etwas ändern oder es kann auch Unmut sehr schnell ausgedrückt werden. Und deshalb finde ich dieses Horoskop, dieses Zeithoroskop, dieser Randale sehr, sehr spannend und auch interessant. Man merkt also, bestehende Regeln können nicht mehr gehalten werden. Es müssen neue Ideen her, es soll etwas neu sein. Aber es ändert sich nichts. Das Neue fehlt, die Vision fehlt. Uranus drängt ja auch nach einer Vision. Zeig mir eine Vision, gib mir ein Bild, an dem ich mich orientieren kann, was mich in die Zukunft bringt. Und wenn man das nicht sieht, wenn man das nicht hat, wenn man diese Visionen nicht bekommt, ob das jetzt durch den sozialen Stand ist, man merkt, okay, ich komme aus meinem Hamsterrad nicht raus, dann wächst die Unzufriedenheit, dann wächst die Eskalation. Und das ist das, was wir in dieser Halloween-Nacht gesehen haben. Und wenn man dann hört, okay, es werden für die Silvesternacht wieder solche Gruppierungen ein bisschen angekündigt oder befürchtet, dann ist das in dieser Zeitqualität nachvollziehbar. Da geht es mir jetzt nicht darum, abschließend, dass ich das jetzt gut heiße oder befürworte oder dass ich groß dagegen bin. Ich wollte nur aus meiner Warte her die astrologischen Tendenzen aufzeigen. Und ich finde eben dieses Ereignis sehr maßgeblich, sehr, sehr prägend, wie eben die Energie unserer Zeit so läuft. Individuell für dich bedeutet das natürlich, geh mit diesem Druck kreativ um. Wenn du unzufrieden bist, schau, dass du eine Lösung findest aus dieser Unzufriedenheit. Es wird niemand kommen, dich erlösen oder retten, sei das jetzt aus der Politik raus oder vom Umfeld raus. Du musst selber tätig werden, du musst schauen, ich bin vielleicht unzufrieden, ich bin vielleicht unglücklich. Ändere das. Und du kannst das mit dieser Energie, du kannst alte Regeln, alte Normen, alte Grenzen für dich einmal ändern, ohne gleich jetzt zu einem Revolutionär zu werden, sondern werde zuerst mal Revolutionärin, Revolutionär in deinem Inneren. Brich da mit diesen alten Konventionen und schau, dass du eine positive Vision dir erschaffst in dieser Welt. Und das wäre für mich auch so die Konklusio dieses Videos. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Impulse holen. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal oder wenn du persönlich mal reinschauen willst in dein Horoskop, dann vereinbare dir einfach einen Termin. Bis nächstes Mal. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erini Dein Oliver Erini